Irgendwo weht ein Hauch von Wind. Nicht weit entfernt fällt Regen und fließt zurück. Anderswo bricht Sonne durch Zweige hindurch oder wird verdeckt ganz still. Die Erde steht im Gleichgewicht, umhüllt nur von einer dünnen, empfindlichen Schicht, die uns ernährt. Zwergenwiese steht im Herzen der Naturkostbranche und kümmert sich um eine gesunde Ernährung. Um beste Biorohstoffe zu erhalten, stärken wir den Biolandbau in unserer Region. Seit Anfang an. Das ist eine der Grundlagen des Bioanbaus, dass wir innerhalb einer Region produzieren und dieser Region eigentlich das zurückgeben, was wir hier entnehmen. Natur nicht zu verbrauchen, sondern auch Natur zu erhalten. Zutaten finden wir in unserer norddeutschen Heimat. In bester Qualität. Zur objektiven Sicherung arbeiten wir nach dem IFS-Qualitätsmanagement. Protokollieren, Laboranalysen, mikrobiologische und sensorische Prüfungen. Dadurch schaffen wir immer wieder eine Verbesserung all unserer Produktionsabläufe. Was unsere Produkte so besonders macht, ist die Einfachheit. Wie in der heimischen Küche. Frische Erdbeeren. Etwas Ruhe, etwas Zeit. Ein wenig Süße. So bleibt der natürliche Geschmack der Früchte erhalten. Ganz im traditionellen Sinne. Um diese Einfachheit in unseren Produkten zu bewahren, haben wir eine besonders schonende Herstellung entwickelt. Ein hoher Fruchtanteil. Kleine Mengen. Kurze Verarbeitungszeiten. Sorgfältig komponiert. Ohne Zusatzstoffe. Ohne Chemie. Aber mit einem unverwechselbaren Geschmack. So kommen bei uns nur die besten Früchte ins Glas. Die Bodenfruchtbarkeit, die wird gefördert mit einer gesunden Düngung. Wir düngen hier mit Gründüngung, entweder mit Kleegras oder mit Erbsen. Dadurch bekommen wir ein sehr harmonisches Nährstoffverhältnis im Boden. Das heißt, wir müssen hier nicht spritzen und wir müssen auch keinen Kunstdünger streuen. Und dieser gesunde Boden, der schafft es dann, gesunde Erdbeeren hervorzubringen. In Biom steckt Energie und Leben mit den Elementen der Natur. Gegenan, gegen die Natur ist da draußen nicht. Man muss irgendwie gucken, wie man klarkommt. Bei guten Verhältnissen geht das besser. Bei Sturm und Meerwind geht das mal nicht so gut, aber das gehört dazu. Für mich ist das Teil der Herausforderung. Herausforderungen kennt Zwergenwiese seit mehr als 30 Jahren. Dabei ist gute Ernährung kein Kunstgriff. In unseren Produkten setzen wir ausschließlich pflanzliche Rohstoffe ein. Wir sind frei von Gentechnik und verwenden, so oft es geht, die natürliche Süße von Äpfeln und Agaven. Naturreines Meersalz verfeinert unsere Speisen. Mit den Jahreszeiten gehen heißt, mit den Kreisläufen der Natur zu leben. Bio ist die modernste Anbaumethode und die effektivste. Sie vereint alle Aspekte von Nachhaltigkeit und Gesundheit. Traditionelles Wissen, Erfahrung, Erhalt bäuerlicher Kulturlandschaften, lebendiger Boden, erntefrisches Gemüse. Für eine lebenswerte Welt und wertvolle Naturkost. Rund 100.000 Gläser verlassen unser Haus in Silberstedt im Norden Schlüssig-Holsteins jeden Tag. PVC-freie Verschlüsse, Dichtungsringe ohne Weichmacher, kurze Kochzeiten, Etiketten mit einem Kleber auf reiner Stärkebasis. Mehr als 70 Mitarbeiter sorgen heute für über 100 Produkte. Natürliche Brot- und Fruchtaufstriche, geschmackvolle Senfspezialitäten und leckere Tomatensaucen. Energietanken für den Alltag mit dem richtigen Brennstoff, um unseren Körper gesund in Balance zu halten. Und weil wir glauben, dass jeder auch an Werktagen gutes Essen verdient, haben wir schon mal was vorbereitet. Fertige Soßen, einfach und schnell zubereitet für ein gesundes Leben. Wir entwickeln alle Zwergenwiese-Produkte in unserer eigenen Versuchsküche. Nach neuesten ernährungsphysiologischen Erkenntnissen. Vollständig vegetarisch und eifrei. Überwiegend vegan, gluten- und hefefrei. Für Ausgeglichenheit und Kraft. Jeden Tag. Die Fülle der durch die Natur gegebenen Zutaten macht unsere Produkte so schmackhaft. Für ein umfangreiches Sortiment. Die Natur bietet ja unendlich viele Variationen, unendlich viele verschiedene Gemüsesorten, Obstsorten, Hülsenfrüchte, Nüsse. Bioprodukte und Naturkost sind die weltbesten Produkte. Zwergenwiese verbindet mit der Naturkostbranche eine zuverlässige Partnerschaft. Durch gesundes Geben und Nehmen. Zwergenwiese inspiriert. Unsere Zwergenwiese-Produkte sind zu allen Variationen bereit. Im Handumdrehen lassen sich hieraus wunderbare Rezepte zaubern. In bester Bio-Qualität. Die Natur gibt uns ja vor, wie was zu schmecken hat und einfach unverfälscht zu schmecken. Das ist für uns die größte Inspiration. Und alles, was hier im Umkreis von 50 Kilometern wächst, versuchen wir auch zu verarbeiten. Inspiration aus der feinen Küche der Natur. Fruchtbarer Boden ist nur ein Spatenstichtief. Umso wichtiger, die dünne Schicht, die uns ernährt, sorgfältig zu behandeln. Zwergenwiese beschreitet diesen Bio-Weg mit wertvollen Produkten. Für uns und unsere Kinder. Für eine Welt, in der wir uns wohlfühlen. Zwergenwiese. Aus der feinen Küche der Natur. Aus der feinen Küche der Natur. Auf der feinen Küche. Musik